Ich schicke... Wenn der, äh, verdammt, der Putsch bis vorne rum, Digga. Weil ich der... Ey, die Scheißhunde, Alter. Warte, ich... Hä? Bist du so gut, oder? Was hast du an? Ich sag das schon, Bitch. Sechs hundert, Alter. Die spawnen hinter mir! Die sind wieder tot, Digga, weil die sind da jetzt vorne. Ich hab alles wieder hinter mir. Die gibt's doch nicht, die Scheißhunde. Ich hab doch wieder keine Indie mehr. Ich werde nicht das Ding so drauf halten. Ja, wer wohl, Jaku, die ganze Zeit? Manzimale Munition! Manzimale Munition! Na, nein! Manzimale Munition! Ja, Digga. Du bist gleich schon nicht perfekt. Der André wollte grad reingehen. Du bist reingegangen. Du bist reingegangen. Ja, bin ich ja auch. Ich doch vor dir. Ich... Ich will sogar stehen geblieben. Ja, ich glaub da... Punch doch mal. Ja, ich... Punch doch mal. Doch, ne? Ich bin ein gutes Ding. Sehr gut. Ey, Leute! Nicht mal! Von meinen herz! Breakdittle! Ich bin ein neues Fan aus der Mystery Box. Sieht. Ey, Leute! Geht! Go away! Ey, Luki, man! Lukas! Geh... Geh mal hier weg! Ich will trainen! Ich bin die Breakarm-Punk schon später. Er ist doch schon. Digga, die Nachlade-Bug. Ich schuf' alles nach. Nachlade-Bug. Ich schuf' alles nach. Nachlade-Bug. Nachlade-Bug. Perfekt. Warum geht jeder auf maximale Munition? oh mein gott egal wenn ihr jetzt stirbt lach ich euch aus ich bin nur gestorben weil ich von oben runtergefallen bin voll fehl voll der fehl ja jetzt doch ein affen alter nachladeback digger bei dir ist es immer der nachladeback ja digger hack den jungen mal bist du wieder am leben jaco mal was da liegt da stirbt das war einer so ein schwerster wir bekommen lassen der erste davon er sagt sich so leicht um ihn sich überhaupt nicht die kann ich leider kurz ist so ein bisschen der ab es habe ich wieder kann nun ganz ruhig das was er im Grabstein und ist Grabstein da da ist irgendwas, da blinkt irgendwas Digga, wenn ich jetzt stelle, ich habe meine Streikanone da ist doch Grabstein vor dir, schau doch mal ich bin gleich, nicht jetzt mit dir, aber ich gehe offline du stirbst schau dir die Hex an, Alter Digga, einmal rundherum rein, das ist doch nicht zu schwer du hast den EMP, Digga ja und? schau, wie viele Punkte der hat 50.000 ja, normal, Digga wenn ich habe Jako überholt ich habe mich gerade so ein Ballert Digga, was hast du alles genommen, Alter? die Hexen, die ganzen Sachen, die ich habe genommen ich habe dich überholt du hast es, Digga du hast es, Digga du hast es, Digga Scheiß, Digga, ich wollte gerne mal nicht mehr ich spreche es, Digga ich spreche es, Digga nachladen, nachladen, nachladen das passt, Digga, easy dann kommt das schaff ich hopp, schnell, ich spreche ja, ich wollte da schon das Grabstein das ist zwei Jahre ich bin von oben runtergefallen und dann gestorben anstatt dass ich mal Zombie getötet werde was ich, was ich immer noch nicht verstehe, aber okay Digga, ich habe eine, wo ist denn die Küste? ich habe keinen Grabstein holen, ey Digga ich habe es mal falsch rum gemacht Scheiß-Train geht, wo ist die Küste? ich brauche keine Küste die Kosten der Leute, komm nicht in meine Trainstelle, ich bitte euch schön noo aaaaa Trott und Glück für sich er hat dich er ist auch gut aber ich glaube nicht so gut so gut wie meine Korte wir sind jetzt alle hier oben bis durch die Stärkung und und je ein wenig das glaube ich war auch nicht wenn man sieht wie viel weiß ich aber auch nicht du der Koffer Koffer hat man ergehen die Klinik er da ich stelle ja dank dir Du, Justin, Alter! Warum rennst du durch? Ich sag, renn nicht durch, er rennt durch! Wie viel Runden gibt's denn? Ich traine, Mann! Wie viel Runden? Wenn ich jetzt sterbe, ist alles futsch, ja? Au, 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 das wäre gut. Sau gut. Was? Die verreckt mich. Hey! Verreckt doch! Komm, 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 komm. Oh, ich hab' Glück. Junge, ich hab' keine Geld. Junge, jetzt hab' ich meine... Digga, was? Junge! Steht doch hier! Ihr scheiß Nuttenbiester! Alter, ich scheiß Nuttenbiester! Justin, ich kann nicht mal hoch, Digga! Alles hab' ich's blocken! Ja, Ratner, wie ich mir dann geht. Du musst eigentlich nur jetzt über Sarah springen. Dann musstest ich nur safe. Sag mal, wenn die Wege los. Ich sag mal, wenn die Wege los. Ich bin rot! Ich scheiß! Okay, Sven, Sven, Sven! Oh, nein, 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 nein! Wegen dir! hier okay wir sind schade definiert echt schade die Schäfer der Schaft du hast auch gepanzt könnte vielleicht eine kleine Chance haben kommen die Menge schießt doch ein du brauchst dich zu schauen am Schluss stirbst du Schäfer er so droht ich werde mit mir ich werde mit dir macht er er hat was hat es jetzt gebracht keine Ahnung ist doch mal einfach jetzt wird alle gehabt wenn er jetzt verreicht er war was macht denn der die Kommission von Recht die Welt mit dir mit wird das nicht überleben meine Kameraden das wir zocken schon eine Stunde Zombie hat mir gerade auf Menni für einen 5 er war mit dem Anbieter vor und was gab wie sie braucht man nicht gut haben es kapierlich in dem Wunder wenn man zwei Tiefonds geipt aus zu einem Telefon anrufen wird glaube ich glaube ich 100 Prozent weiß ich nicht aber von Skype für Skype dort man doch gar kein gut aber auch wenn es wieder gestorben möchte zu klassen 7 ein gewöhnliche Läden sind gemacht ist der Lädenkommett mit Läden in Spielern Zeit die zwei Knochen da Schwerf alles an du musst jeden Tag spielen für das Wissen zurückgesetzt jetzt das ist nicht er hat die 5 7 gepackt 5 7 gepackt m doppelhändig die mustern entzündet dieses gut das wird er so gut der erst und der ist halt der stück durch gar nicht nun geht die werden schon alle schon längst tot ernsthaft er nimmt damit die Punkte er getrieben immer beinahe gestorben wegen der grüße Punkt Digger und seine Hexanhalter schon er hat so viel Punkte jetzt schon in der Zeitung der Ausleitung nachher kein Hit bei dem die Begriffe erlaubt sich die Menge durch und er wissen immer angehört er hat drei mal das so gut er soll ich hätte es nicht nur beliebt sollen und die harte war Romana war es aber macht immer sogar keine Geräusche jetzt da muss ich konzentrieren wie ist es auch 114 Schuss ja ja was ist denn ja 20 er macht um klein er macht die Geld kommen immer mehr wenn es in der Kild er hat keine Schuss mehr Digger 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 ja die Schaltig Platz Dirk Franz Kostik ich bin beste Spiele der Welt St st Jakob holt auf und die Punkte das schon viel mehr auf dem als Schattenhoff oder sowas sie sind für die Welt vorliegt auf der Welt aber oh er ist tot 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 st wenn wir werden und die Schuss nicht angezeigt auch da jetzt auch jetzt auch st was ist ich werde Juni das war Juni ich habe erledigt ich bin die st doch gar nicht und so nicht damit so schlecht ich trage mich fest hängen geblieben wir haben ihn der reichen besser als du und erster ja und ich doch zum bieten fast Nee, und du lockst dich jeden zweiten Tag. Lass Pirates. Mach mal nachher. Also dann, Leute, das war's.